ich habe meine bullets im rucksack das ist ja es ist lost light kann ich dazu nicht sagen auch der sound hier dieses diese zeichen das ist alles weiß ich nicht würde sagen was ist lost light noch mal lost light im schafspelz hier und da ein bisschen schöner gemacht was weiß ich keine ahnung sind ja glaube ich auch ich glaube 10 cent hat ja auch seine finger im spiel würde ich sagen oder also hier das ist das lost light die sauen es auch ich habe hier auch Quests auch so der wind und alles ich habe jetzt noch mal ein bisschen an meinen meine aim sensitivity ein bisschen runtergeschraubt ich meine es sieht schon okay aus kann man nicht meckern aber das leid sah jetzt ja auch nicht so schlecht aus was wer war das er muss herry potter sein zauberbuch vergessen haben ja es ist jetzt ja nicht so übel also man muss wahrscheinlich eine weile spielen ja aber ja Ah, jetzt muss ich auch noch auf Hold einstellen. Someone's over there. Hä? Hat er nur eine Pistole gehabt oder was? Oh. Oh. Ah, das muss ich noch einstellen. Zero Distance Switch. Ah, okay. Okay. Mal wieder. Aber bis jetzt sehe ich wirklich viele Parallelen zu Lost Light. Kann man, glaube ich, auch nicht abstreiten. Oh. 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 Und hier, die Taschen habe ich vergessen. Hä? Ach ne, das war ja nicht derm da. Da war Schrot drin und dermler Schrot drin war ja tot. Aber hier bei dem habe ich glaube ich auch noch nicht die Taschen durchsucht. Da hat keine Munition dabei. Ach doch, die habe ich ja schon. Ich muss dann mal schnell umstellen hier. Was? Wo ist das? Ach ja. Control. Keep binding. Left turn press. Hold it. Hold it. Save. Yes. Confirm. Yes. Das ist meins. No? Okay. Alter, den hat es aus den Socken gewedelt. Drett zu, sage ich. Hat das hier eine Haltbarkeit irgendwo? Sehe ich jetzt irgendwie nicht, dass hier irgendwas defekt ist, aber naja. Oh, das ist so cool. Ich glaube auf X hatte ich das gelegt zum wegschmeißen. Ja genau. Größeren Rucksack bräuchte ich noch. Aber die Schraubbinde macht schon Spaß. Kann man nicht meckern. Was ist das? Milch? Oh Missions gibt es ja. Ich habe noch keine angenommen. Oh. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Was wollte er? Vielen Dank. Ich bin Parkoff-Spieler, ihr Atten. Ich bin Parkoff-Spieler. Scheiße aus Papier, das hat er gut gebraucht. Er hat sich nämlich direkt eingeschissen. Öffne. Ich habe eigentlich einen Button, um mich hinzulegen. Und zwar Y. Aber irgendwann habe ich gesehen, dass Y auch für etwas anderes belegt war, was man nicht ändern kann. Ich habe hier Voice-Chat. Nehme ich mal, keine Ahnung, was nehme ich denn jetzt hier? Save. Protect. Vielleicht kann ich mich ja jetzt hinlegen. Ja, jetzt geht's. Ähm, ich brauche die Map. Ah, okay. Meine Exits sind ja hinten. Wo bin ich denn überhaupt noch hier? Ja, oi 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 oi. Noch ein ganz schönes Stück weg oben hier. Warum? Entschuldigung. Vielen Dank. Vielen Dank. Einer ist hier gerannt. Vielen Dank. Vielen Dank. Kann man sein Zeug eigentlich aus sichern? Das ist gar nicht gemacht. Gibt es hier eigentlich eine Reitzeit? Hängt schon. Mann. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielleicht habe ich auch bis Geister geschaut. Da sind wir doch allein. Okay, es war nicht mal ein Spieler. Ich dachte doch, ein Spieler. Na gut. Achso, Exit-Camp-Bomb aufpassen. Na ja, ist mal raus. Loot-Value, 16.500, totale Eliminationen. Zwei Operators. Na ja. Auch gar nicht so übel. Pecky Broderick. Compete History. Used AKN Assault to Eliminate Päcky Broderick. Und wen noch? Ordinary Jacket. Ne, Opened Ordinary Jacket. Oh, ich habe da noch einen ungeniedelt. Hey, es waren noch zwei, Alba. Ah, hier. Kellogg-Albert. Becky Broderick. Search. Oh, gar nicht übel so, he. Prenzen Shepard. Kellogg-Albert und Broderick. Also mit Leerzeichen ist wieder hier irgendein Scaf oder sowas. Compete Report. Was ist das? Okay. Tactical Ops. Militant. Stats. XP Details. Na ja, ganz schön. Ja, offene Statistik. Kann man auch nicht meckern. Wie komme ich jetzt hier zurück? Continue. Unlocked. New Contact. Tega. Ich will zur Tega, Junge. Markt. Sell. Rodriguez. Was ist all der Haut, Junge. Return to Lobby. Okay. Na gut, das war's. 1xZo. 1xZo. Bis zum nächsten Mal.